Es ist zum Kotzen echt. Ah, jetzt ist er da, gut, jetzt geht wenigstens das, da bin ich immer noch offline, da bin ja online. Das wäre scheiße, man, 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 man. Ah, Ingabe, Disziplin. Opfer und Weisheit, das kann es ja nicht sein. Wieder nicht, ach komm. Ah. 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 Das regt mich auf, das regt mich auf sowas. So, schauen wir mal, gibt es doch da sicherlich eine Lösung. Mach die Seite auf. Das regt mich 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 auf. Ah, man, das ist schon mal nicht. Das regt mich auf. 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 Scheiß. Scheiße. Oh, manno, 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 manno. Oh, manno, manno. Oh, 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 manno. dann schauen wir weiter dann schauen wir die hingabe die hingabe ist die sonnenhöhe das heißt da war es also sehr warm nach dem frühling kommt der sommer also legen wir hier die hingabe in den sommer frühling sommer so jetzt fehlen uns noch der herz also schauen wir noch mal weißheit dem herzfeuer ausgesetzt war bedeutet in der regel es war schon kalt im herbst und dann schauen wir noch mal im winter und die vollendung der hingabe war der sommer das war schon jetzt hat sie gesehen wie ihr die legen müsst also ganz einfach schaut auf die frühling ja 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.